Lebenslauf Größers wolltest auch du, Aber die Liebe zwingt all uns nieder, Das Leid beuget gewaltiger, Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, Woher er kommt. Aufwärts oder hinab, Herrschet in heil'ger Nacht, Wo die stumme Natur werdende Tage sind, Herrscht im schiefesten Orkus Nicht ein Grades, ein Recht noch auch? Dies erfuhr ich, Denn nie sterblichen Meistern gleich Habt ihr himmlischen, ihr Alles Erhaltenden, Daß ich wüßte, Mit Vorsicht mich Des ebenen Pfads geführt. Alles prüfe der Mensch, Sagen die himmlischen, Daß er kräftig genährt Danken für alles Lern' Und verstehe die Freiheit, Aufzubrechen, wohin er will. Dieser Lebenslauf ist kein bestimmter, Sondern wird als allgemeine Erfahrung dargestellt, So läuft das Leben eben, Größeres wolltest auch du. Das du, das sind wir alle, Jeder wollte doch etwas Größeres sein oder erreichen, Als letztlich draus wurde, Aber die Liebe zwingt all uns nieder, Das Leid beuget gewaltiger. Liebe und Leid begrenzen uns also, Möglicherweise unabhängig voneinander, Möglicherweise, weil eins aus dem anderen folgt. So oder so, Man ist nicht immer Herr über seinen Weg. Doch es kehret umsonst nicht unser Bogen, Woher er kommt. Das Leben als Bogen, Wir gehen dahin, wo wir herkamen, Egal, bis wohin sich dieser Bogen Einmal erstreckt haben mag, Aufwärts oder hinab. Herrschet in heil'ger Nacht, Wo die stumme Natur wehende Tage sind, Herrscht im schiefesten Orkus Nicht ein Grades, ein Recht noch auch. Die heil'ge Nacht sind werdende Tage. Es bringt also ein stummes Wirken in unergründlicher Finsternis Schicksal hervor, Und diese Finsternis empfängt uns am Ende wieder als Orkus, Als Unterwelt, in die wir eingehen. Aber auch diese Finsternis kennt Sinn, So muß man die rhetorische Frage nach dem Vorhandensein von etwas Gradem Und Recht wohl verstehen. Zusammengenommen klingen die beiden Begriffe nach Gerechtigkeit, Und Gerechtigkeit des Lebens gegenüber den Lebenden gibt dem Leben Sinn. Dies erfuhr ich, nämlich das Vorhergesagte, daß in all dem ein Sinn steckt, Denn nie, sterblichen Meistern gleich, habt ihr himmlischen, ihr alles Erhaltenden, Daß ich wüßte, mit Vorsicht mich des ebenen Pfads geführt. Das ist der Unterschied zwischen menschlichen Lehrmeistern, Die dem Können und Wissen des Lernenden angepasste Aufgaben aussuchen, Und dem Schicksal, personifiziert als antike himmlische, alles Erhaltende Götter, Von denen man rücksichtslos den Lebensweg durch alle Schicksalsschläge hindurchgetrieben wird. Alles prüfe der Mensch, sagen die himmlischen, daß er kräftig genährt Danken für alles Lernen. Was mich nicht umbringt, macht mich stärker, so vereinfachte Nietzsche diesen Gedanken zur Redensart, Aber es geht nicht nur um Schicksalsschläge. Gutes wie Schlimmes gilt es dankbar anzunehmen, Weil es stärkt und reifen lässt. Und verstehe die Freiheit, aufzubrechen, wohin er will. Es gibt die Freiheit, dahin aufzubrechen, wohin man will. Man hat aber nicht die Freiheit, dieses Ziel auch zu erreichen. Man hat die Freiheit, sich ein Ziel auszusuchen, und sollte dann dankbar dafür sein, wenn man vielleicht ganz woanders ankommt. Und sei es das Tübinger Turmzimmer, in dem Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens in psychischer Erkrankung verbrachte? Sie begrüßen sich beim Kopf! Und wenn heute nicht beim Kopfainehrer Slosbek verweisen, wäre es nicht der Wahrheit gerade für Erkrankung Aquí Lochte gelassen. Vielen Dank. Vielen Dank.